Und hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Part von Hyrule Warriors. Äh, ja, wir haben vorhin Mittler getrunken. Worauf ich mich natürlich freue, weil ich liebe Mittler. Mittler gehört als für mich zu einen der so liebevolle Person, wie ich kenne. Meine Katze hat ein Schmetterlingchen erschreckt und jetzt ist er weggeflogen. Ich hole den Schmetterling zurück. Gehe du ins Dorf, Agneta, hier ist es nicht sicher. Na gut, bitte bringe ein Schmetterlingchen in Sicherheit. Agneta zieht sich nach Kakariri zurück. Ja, aber ich taue ein kleines Kätzchen nach mir heulen, suchst du eine Spielefährte. Ich habe zu dir gespielt, auch stattdessen mit denen da. So. Tsch. Oho. So. So. Gut. Wie geht es? Ich hoffe, ich hoffe, es geht. Du bist fantastisch! Dankeschön. Achtung, unser Hauptkontor wird. Oh je, wie die. Boah, die hatten wir gekocht. Gut, wenn der uns dort hindruckt, ist der Video da… Gut, dann wollen wir die Doppel. ich finde Lada sieht auch mit dem Stapen richtig gut aus auch mit dem Buch aber mit dem Stapen auch so als richtig so dann wollen wir erstmal sie sich hier die Woche ja auch ein bisschen stärker muss er sein die rufen uns dorthin so stein Da hab dich jetzt nimm, jetzt nimmst du sofort diesen vornen Zimmer, zu der Stadt steht, ja, weil ich muss leider nehmen, du kannst was klasse, ja. Oh. Huh. Ha ha. Ha ha, boi boi. Das ist so cool. Was tut er? So, das ist der Ort, das ist der Ort, das ist der Ort, das ist der Ort. So, das ist der Ort, das ist der Ort. So, das ist der Ort, das ist der Ort. So, 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 das ist der Ort. so gut so lange bitte sich weggezogen hat kriya sieh die Was? Gut dann, warte gleich, so, Magneto, ich bin sehr entdeutscht von dir, das so und nicht einfach so. So, wir müssen da, das war ja dann das Neckzite. Oh, nein. So, nein. So, nein. So, nein.